Hallo Bürofreaks, endlich geht es wieder los mit Prospekten und ich begrüße euch recht herzlich zu meinem ersten Prospekt-Video 2016. Das ist eher ein Prospekt-Vorschau-Video. Ich habe erstmal drei Prospekt-Vorschauen rausgesucht von Fräsmann, Rossmann und Penny in den momentanen Werbeblättern. Und da schauen wir einfach mal gemeinsam rein. Fangen wir mal mit Fräsmann an. Im Fräsmann-Prospekt auf der letzten Seite ist sozusagen die Vorankündigung mit drei Artikeln. Der Cool & Hot Fontäne für 2,99 Euro, einer Kreis-Batterie, einer Pfeif-Batterie, 150 Schuss für 3,99 Euro und ein Feuerwerks-Raketensortiment für 4 Euro von Leslie. Das ist das gleiche, was schon auf dem Handzettel im Prinzip zu sehen war. Da unten haben wir es, da haben wir die Batterie, Bat-Chat und für 3,99 Euro das Raketensortiment, so wie die Cool & Hot. Außerdem ist auf dem Flyer das Raketensortiment Are You Ready To Fly? Und das ist, wie gesagt, das Leslie Super Skyhawk Raketenset laut YouTube. Und die Raketen sind echt nicht schlecht. Also so wie es aussieht, sind die alle mit Zerleger. Die Raketen ist für den Preis für 15,27 Euro eine absolute Empfehlung. Auf dem Flyer sind noch mehr Sachen, aber im Prinzip das Übliche wie in den letzten Jahren. Röleys für 2 Euro, nochmal eine Pfeif-Batterie. Das ist eine 300 Schuss für 10 Euro. Die gibt es woanders. 300 Schüsse sind immer so mindestens 1 Euro billiger. Dann haben wir die Reibkopf-Knaller, die absolut nichts Besonderes sind, aber für 1 Euro ist es wohl der Best Price ever. Leucht-Batterien, also Röle-Batterien von Böser Chef von Leslie. Vulkan von Leslie. Die kleine Pfeif-Batterien, 3 Stück für 2 Euro. Und noch ein bisschen Party-Feuerwerk, Party-Knaller. Das war sozusagen die Fräsmann-Ankündigung. Das macht auf jeden Fall Lust auf das richtige Feuerwerks-Prospekt, was dann hoffentlich nächste Woche kommt und ich euch zeigen kann. Gucken wir mal zu Rossmann. Rossmann hatte diese Woche nur so einen Flyer eingelegt. Das übliche, alle warten immer auf Rossmann. Da ist nichts Besonderes dabei. Das ist wirklich ein paar Raketensets von Komet. So eine Wunschrakete. Also wie gesagt, das ist absolut nichts Besonderes dabei. Oder was mich interessiert, vielleicht ist es für jemanden, dass es eine kleine Sache, die dabei ist, ist diese Vierfach-Fontänen-Kombination Schiff-Ahoi. Keine Ahnung, wie das Ding aussieht. Das wäre auf jeden Fall was, was man noch nicht gesehen hat. Und was ich relativ interessant finde, ist für 5,99 Euro dieses neunteilige Fontänen-Set. Komet hatte immer ordentliche, gute Fontänen. Neunteilig für 6 Euro. Das fände ich okay. Aber der Rest ist nichts, was mich irgendwie jetzt tierisch umhaut. Gut. Kommen wir zu Penny. Penny im dieswöchigen Prospekt. Die Vorankündigung für den Feuerwerksverkauf. Haben wir einmal die Bungie ist wieder mit dabei, wie letztes Jahr. Für 5,55 Euro. 222 Schuss. Eine Pfeif-Batterie. Dann hätten wir die Vampire. Das ist die Sky-Action. Von Veko. Ja, für 7 Euro. Ist jetzt nicht ganz so mein Ding. Eher schon was wirklich zu empfehlen. Das ist die Double-Action. Das ist eine Neuheit von diesem Jahr. Und zwar die Double-Face. Von Veko. Eine echt, würde ich sagen, eine Empfehlung. Für 11,11 Euro. Perfekter Preis. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Also wäre eine Empfehlung. Also ich werde sie mir holen. Dann haben wir hier Raketensortimente. Für 5,55 Euro. Wieder so ein kleines Familiensortiment. Da ist alles drin für ganz schmalen Taler. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Raketensortiment. Reines Raketensortiment. Für 10 Euro. Das Galactica. 8 Raketen. 10 Euro. Müssten so Lega-Raketen sein. Und die kleinen Schüttis. Ja. Wer es will. Es gibt bestimmt aber einige Sachen, die besser sind. Dann haben wir hier noch die Rockstar. 81 Schuss. Das ist die Rebel. Die Rebell. Für 17 Euro. Auch eine schöne Radau-Batterie. Neuheit dieses Jahr von Vaco. Könnte man sich tatsächlich auch nochmal mit angucken. Die ist auf jeden Fall. Also von der Schussfolge. Da geht es ordentlich ab. Und nochmal ein Verbund. Für 19 Euro. Macht auch auf jeden Fall Lust auf mehr. Auf das gesamte Prospekt. Das gesamte Angebot. Dann nächste Woche. Da schauen wir mal. Alles klar. Das war es für das erste Video. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Bleibt schön neugierig. Und bis zum nächsten Prospekt. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.